Und damit herzlich Willkommen zurück zum 3 of 20 Modpack Let's Play 4G26. In der letzten Folge hatte ich ein wenig zu telefonieren, das tut mir jetzt noch mal leid. Wir machen heute bei unserem Big Reactor da unten im Keller weiter. Bei dem da. Wir brauchen noch ein paar Dinge, damit wir den super zum Lauf bringen mit einem Advanced Monitor und einem Advanced Computer. Und zwar brauchen wir da einen 3x2 Advanced Monitor, einen Advanced Computer und Kabel. Advanced. 7 brauchen wir da, ein bisschen Redstone, ein bisschen Gold. Zack. Einen Advanced Computer, wenn es recht ist. 6 Advanced Monitor, genau. Hätten wir das. Dann Modem. Braucht man Smoothstone. Und für die Cover auch, wenn ich mich da richtig erinnere. 3 müssen wir da brauchen. Und da machen wir halt auch ein paar 60. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Ab in den Keller. So. 3x2 Monitor. In den Boden kann man leider nicht platzieren. Das wäre es jetzt gewesen. 3. Ja. Das mache ich schon wieder. Nur Blödsinn. So. Ja. Da passt der, denke ich, ganz gut hin. Wir müssen hier ein bisschen mehr wegräumen noch. Dann ein Modem. Ein weiteres Modem. Ein Computer mit Modem. Hoppala. Dann geben wir da kurz ein Labelset. Reaktor. Reaktor. Reaktor, Monitor, Monitor, genau. Genau. Sehr schön, sehr schön. Und angeblich weiß das jetzt schon. Dann schauen wir uns da kurz den Pastebin an. Der ist ja kompliziert aus, deswegen kommen wir uns den einfach. Oh, gibt's sogar ein Startup-Skript. Achso, da kann man direkt den Startup-Dings sich holen. Sehr schön. Dann holen wir uns das. Ah, nee. Clear. Pastebin. Get's. Nur damit ihr es auch gleich seht. Das Startup-Skript, da ist alles dabei. Zzt, T, M, Z, R, L, E, Z als Startup. Uh, das ging aber schnell. Cool. Dann muss ich mal schauen, was er da machen kann. Minimum-Manage-Buffer 15% Maximum von 80. Okay. Minimum-Active-Cooling habe ich ja nichts. Okay. Aha. Okay. Ah, also da kann man angeblich die Fuel-Rods verändern oder auch nicht. Hm. Ich kann ihn aber auch nicht ausschalten. Ja, ja. Vielleicht hat sich das geändert, ich weiß es ja nicht. Okay. Was soll es aber? Funktionieren tut es anscheinend. 17%. Ja, ich meine, das schnellste Energiespeich ist es natürlich nicht, da wir haben relativ wenig Verbrauch. Es ist halt wirklich nur ein sehr einfacher Reaktor. Aber was soll es? Ah, heute ist Tag der Benachrichtigungen, so kommt es mir vor. Mhm. Ah, ja. Oi. 640 können wir transportieren, der bringt das aktuell, ey, nur um die 500, das passt also. Dann können wir ein paar Energy-Conduits uns holen. Von denen wir eigentlich glaube ich keine mehr haben. Ja, genau. Da gibt es auch dieses Conduit Iron gleich. Ja, genau. So. So, und ja, ich muss gerade nochmal nachschauen, was da vibriert hat. Energy-Port. Energy-Port. Das ganze Zeug hier einsammeln. Warum fallen jetzt die Dings an? Extract always active. Hmm. 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 Achso, weil wahrscheinlich hier die Dinge aufgeladen werden müssen, aber die sind doch voll. Ja, ich kann ihn leider nicht aktivieren. Sollte eigentlich hier gehen mit. Einem Klicke starten wir eben neu. Ich suche mir dann noch ein besseres Programm. Wobei vielleicht Schalter David ab, wenn er es überrissen hat. Gut. Ja. Ich baue mir hier wieder zu. Da ist die okay. So. Dann brauchen wir Item Conduits. Oh, haben wir sogar welche. Sehr Wahnsinn. Hüpfen gleich direkt in den Keller. Einen Chess hätte ich noch mitnehmen sollen. Genau, so eine. Und dann, sagen wir mal. Und dann, sagen wir mal. Extract. Always active. Auf grün. Auf brown tun wir inserten. Kiste Extract Brown Always active Cool Das sieht man halt rein, stört mich jetzt nicht so Ja gut, äh, Elorium Braucht man auf jeden Fall noch Rauch wieder auf den T-Reporter Hahaha Sehr schön Macht genau das, was er soll Dann müssen wir nur noch unsere Ender-Battlen hier Ein bisschen wachsen, damit wir uns Ein paar Tinkers-Maschinen auch machen können Nicht Tinkers, sondern Firmarex-Menschen-Maschinen machen können Damit wir dann Dingsbums Craften können, ne? Tesseracts Craften sich ja nicht von allein So, jetzt haben wir zwar noch keine automatisierte Mining-Anlage Ah, wir haben schon mal sehr viel Strom, hoffentlich Und das ziemlich automatisiert Theoretisch braucht man da jetzt Keine Kohle mehr Wenn wir Glück haben Und der hält hier die Temperatur immer unter 1500, glaube ich Ist da gestanden Könnte doch höher sein Würde mich jetzt nicht schören Jetzt ist nur die Frage Ob der dann automatisch hochfährt Auch, schauen, ob es vielleicht noch was anderes gibt hier Also ich schaue, ihr könnt ja nicht schauen Okay Ja gut, ist mir eigentlich egal Ah, jo Brauchst immer 16 Minuten Da können wir eigentlich trotzdem noch einen Einfachen Quarry machen Einen einfachen Turtle Quarry Aha Zack 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 Ne, das nicht, sondern Das Sowas Wieso braucht der 2 bitte Smoothstone natürlich noch Smoothstone Aha, da wandert wer umher Einer reicht uns vollkommen Was soll denn der Blödsinn jetzt Aha Da ist anscheinend das Rezept falsch Na komm Dann brauchen wir noch 3 Diamanten 1, 2, 3 2 Sticks Dann haben wir gleich Einen Mining Turtle Meiner Anderlein 1 Sehr schön Dann Holen wir uns Ein bisschen Charcoal von draußen Und dann werden wir den gleich mal Los schicken Hätte ich gesagt Was ist denn hier los Leute Oder um Er ist ein bisschen Charcoal von draußen Ein bisschen Charcoal von draußen Output Für Oh, sowas blödes aber auch. Natur. Ähm, das ist jetzt ein Problem, dass wir uns zuerst kümmern müssen. Nachdem ich den ganzen Zeug hier aufgeräumt habe, so. Tja. Was gibt's für das für Uses, ist jetzt die Frage. Ja, gut, für sowas natürlich. Biorreaktor, it is open. Allzu viele Uses gibt's also nicht, wenn man hier sieht. Dann. Dann, 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 dann. Trash Can. Äh, Copper habe ich dabei. Smoothie. Stone brauche ich. Und Item Conduits. Ja, genau. Zuerst muss man die Chesscraft, bevor auch was anderes sagt. Ja. Jetzt ist nur die Frage, was hat die höhere Priorität? Äh, irgendwo habe ich das eingestellt. Hier gleich, ne? Extract auf Insert Priority Nur. Extract. Insert. Da ist eure Priority Nur. Insert Priority 1. äh, grün. Grün. Grün ist oben. Priority 1. Und das ist Priority Nur. Na, das Holz, ja. 1 ist dann höher. Also mach mal Minus 1, hätte ich gesagt. Das müsste ja theoretisch gehen. Insert. Ne, Minus 1. Genau. Also wenn jetzt hier vor ist, müsste das in die Trash Can gehen. Ja, jetzt geht's wieder da rein. Und alles, was Überschuss ist, müsste verarbeitet werden. Genau, da ist 4, also geht's da wahrscheinlich rein, hoffe ich zumindest. Ah, wo sollte es auch sonst da reingehen? Das heißt, da können hier das Holz oder die Äpfel vor werden, gehen die auch hier in die Trash Can. Sehr schön. Oh, da sehe ich, ich bin wieder mal über der Zeit. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.